hallo und herzlich willkommen liebe gamingfreunde hier ist wieder mit einem weiteren video zu the first descendant es geht ums farmen und zwar richtig mega fett farmen denn diese woche meint es gut mit uns wenn wir auf der karte gucken und dann hier einschalten natürlich wir gucken besonderen dingen und wir gucken heute mal nach speicher speicher bekommen lagerstätte sehr schön zu wissen und zwar hier jetzt gibt es verschiedene missionen und wir haben die körper main dabei das bedeutet für uns eine super sahne mission generell zum farmen dann super sahne um dort körper rauszuholen um dort gold rauszuholen denn das kleines ist dahinter wir werden die mission nicht schaffen nicht machen und weil es dort momentan aktuell wie gesagt halt auch den besten speicher gibt den wir farmen können habe ich schon ein bisschen was im inventar ich gucke mal ganz kurz hier rein bei mir bei den speichern nee das meiste habe ich schon wieder weggeschmissen aber das ist auch gut so denn habe ich einen grund dort zu farmen das schöne ist also dadurch dass es halt wieder momentan aktuell guten speicher gibt und b halt natürlich die möglichkeit hier das ganze unendlich zu machen da genug leute immer da sein werden ist von auszugehen jeweils alt war es bei mir die nächsten letzten male immer wieder so gewesen dass hier genug leute rumstehen man das ganze machen kann und zwar halt ohne dass auch ja ohne hier wirklich die sachen einzunehmen sondern einfach einfach hier im kreis laufen die kommen schon die kommen alle hierher gar keine frage und dann haben wir hier wirklich einen absolut super perfekten farmspot wir rennen hier nur im kreis machen nichts anderes das ganze machen wir viereinhalb minuten lang momentan aktuell noch und ihr seht nebenbei kommen hier natürlich die speichermodule rein ohne ende das ist definitiv der absolute mega farmspot diese woche ganz ohne frage das könnt ihr hier richtig mega ausnutzen wie gesagt ist natürlich wieder nur diese woche ihr kennt das ja immer dass die sachen wöchentlich durch wechseln was es wo wann gibt und hier haben wir halt wie gesagt einfach das glück dass wir hier sehr sehr guten speicher bekommen plus dass das halt sowieso ein absolut geiler bekannter beliebter farmspot ist und das bedeutet auf alle fälle wie gesagt dass wir hier auf alle fälle genug leute dabei haben die da sind und wenn ich mich jetzt auf spielen konzentriere dann klappt das auch sogar noch ein kleines bisschen besser statt aufs reden und deswegen war es das hier auch schon sag ich mal quick und dirty das heißt ich werde die runde hier zu ende für euch aufnehmen dass ihr auch zum ende dann noch mal sehen könnt natürlich nach den knapp fünf minuten was dort an kölpersplittern und an gold herumgekommen ist weil wieder das lohnt sich auch sehr sehr gut das ganze aus diesem grund zu machen und das war's von mir richtig wir sind durch wie gesagt ich lasse den rest jetzt hier noch für euch mit drin damit ihr hier seht was es hier alles mitzunehmen gibt und ich wünsche euch viel spaß viel erfolg beim farmen ich würde auch nicht unbedingt sagen übrigens noch als kleine anmerkung dass das hier ein exploit ist da sind ja die jungs von nexon relativ unflexibel nennen wir es einfach mal nicht so entspannt aber gut wir beenden die mission nicht das könnte man jetzt natürlich wenn man möchte eventuell so sehen aber wirklich nur eventuell also ich habe da jetzt hier irgendwie keinerlei probleme mit das ganze zu machen zu sagen hey ich mache das und ich habe das vorhin schon mal gemacht aber mal gleich ein paar bahn ist hier die im kreis liefen da geht das ganze noch schneller dann kann man sich auch zwischendurch mal erlauben hier sich ein kaffee zu holen oder ähnliches während man hier speichermodule ohne ende farmt das war es wie gesagt von mir ich danke euch fürs vorbeisein ich hoffe ihr schaltet auch das nächste mal wieder ein und sage bis dahin so long goodbye keep gaming euer goodie ja ja Okay. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR